Neue Runde, neues Glück würde ich sagen. Pinguinplay ist am Start, Niko ist am Start. Ist der hier auch im Chat? Der Niko, der hier gerade am Start ist. Und das Gold. Ich denke, das Gold ist im Chat, oder? Niko oder das Gold? Seid ihr dabei? Seid ihr am Start da im Chat gerade? Ja, Niko hier. Okay, Banana Doto. Nice. Und das Gold? Ist da jemand am Start? Im Chat? Kann mir das Gold bitte Bescheid geben? Hier. Okay. Moin, das Gold. Let's go. Alles klar. Alle sind da. Ich würde sagen, wir legen los. Macht euch bereit. Setzt euch an die Tastatur. Ihr müsst tippen, Leute. Ihr müsst wieder mega tippen. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein, hier. Ich bin doch da. Alter. Meine Fresse. So, ready. Auf geht's. Eine neue Runde. Neues Glück. Wieder mit drei Community-Menschis und dem Chat, der uns böse Fallen stellen darf. Kann. Muss. Will. So, ich würde bitte bereit drücken, Niko. Also hier, Banana Doto. Bitte bereit drücken, wenn's geht. Wir würden gerne anfangen. What? Nein. Hä? Ich kann nicht ready machen. Sorry, bin raus. Okay. Underfell Suns. Ist da... Wer ist... Ist der denn im Chat wenigstens? Oh, das tut mir leid bei einer Doto. Entschuldigung. Underfell Suns. Ist da jemand im Chat, der dazu gehört? Oder... Oder wie sieht's aus? Also müssen wir eben klären, damit wir... Weil sonst, äh... Es sollen ja nur Community-Menschis hier reinkommen. Und nicht irgendwelche Randoms. Scheinbar nicht hier. Scheinbar nicht hier. Okay, dann muss ich ihn kicken. Wirklich nicht da? Wirklich nicht da? Okay. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Okay, ihr habt recht. Ich mach ein Passwort rein. Ich hab... Es tut mir leid an die Leute, die jetzt grad schon drin waren, aber es tut mir leid. Ähm, wir machen lieber ein Passwort rein. Wir machen lieber ein Passwort rein. Es tut mir wirklich leid. Ähm... So, Server stellen. Passwort ist... Kacke 123. Let's go. Was? Er war da? Er ist da? Oh nein. Wo war er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach so. Oh lol. Entschuldige. Entschuldige. Entschuldigung. Ich mein so... Ich hab echt oft gefragt. Pinguin Play ist immerhin wieder drin. Niki. 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 Du willst die Schlacht, okay? Du willst wieder die Schlacht, ne? Du willst die wieder, ne? Ist okay. Ist okay. Ein Slot haben wir noch für die Runde. Passwort ist aber trotzdem einfacher und besser. Ja, stimmt. Es wird ja nicht die letzte Runde gewesen sein, Freunde. Niki, Alter. Mhm, 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 mhm. Ich seh schon, komm, die Niki will jetzt den Chat beeinflussen, weißt du? Die will den jetzt beeinflussen. So, wir haben noch eins dort, Leute. Komm. Kacke 123 ist das Passwort. Wurstbodenparty heißt der Raum. Niki will Rache für DBD. Mhm. Mhm, 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 mhm. Vor allem, wie sie einfach nur so ein orangener Blobby ist, weißt du? Hallo, ich bin Niki. Ich mach alle fertig. Ich hab Mod-Kräfte. Komm, Leute. Eins, Leute, haben wir noch. Da waren noch grad noch ein paar. Das kann doch nicht so schwer sein. Kacke 123 ist das Passwort, Leute. Ihr seht den Raumnamen. Ihr seht, äh, alles, was ihr wissen müsst eigentlich. Ja, rein damit. Also, solange ein Slot frei ist, auch wenn ihr schon mal wart, dann rein damit, Alter. Ist doch egal. Immer rein mit euch. Kann nicht joinen. Warum das denn nicht? Hä? Wieso sollst du auf einmal nicht joinen können? Kacke 123 ist das Passwort. Kacke 123. Passwort ist aber richtig. Okay. Das ist ja doof. Alle gegen Curry im nächsten Durchgang, Alter. Was hab ich euch getan? Was hab ich euch getan? Okay, Fotograf ist am Start. Let's go. Ich würde sagen, wir legen los. Niki ist grün. Pinguin Play ist blau. Und Fotograf ist, äh, orange. Gelb. Gelb, glaub ich. Gelb. Ich bin pink. Let's go. Freunde. Macht euch bereit, ne? Es geht jetzt wirklich los. Server ist voll. Ja, jetzt gerade ist der Server auch voll. Entschuldige. Aber wird ja nicht die letzte Runde gewesen sein. Auf geht's. 3, 2, 1. Macht euch bereit fürs Tippen. Chat stimmt ab, welche Modi ich spielen soll. So, dann haut mal raus. Da steht einiges zur Auswahl. Ihr habt die Wahl, Leute. Ihr könnt entscheiden, was wir jetzt sehen werden, was wir jetzt spielen werden und durch welche Hölle ihr uns jagen müsst. Haut die Votes raus. Genau, wunderbar. Ich find's so geil, wie gut das funktioniert, ne? So easy einfach. Wir brauchen mehr solcher Spiele. Ohne Scheiß. Viel mehr. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was wir spielen. Ich bin jetzt gespannt, Leute. Stachelball, Schatzsammler, Geisterschreck, Seelen, Kettensägenhinterhalt. Ihr steht wohl auf dem Blut, ne? Bleib in dem stacheligen Ball fern. Stachelball. Und oben könnt ihr schon wieder abstimmen für die Mutatoren. So, Leute. Erste Runde. Wer holt sich die ersten Punkte? Ich bin ready, Mann. Okay, der Ball. Oh Gott. Oh Gott. Ah! 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 Oh Gott. Hilfe! Wow! Wow! Nice! Jawoll! Ich mein, äh, es tut mir leid. Entschuldigung. Entschuldigung. Nur Angriff von hinten zählen. Ein Frontalangriff wirft dich zurück. Kettensägenhinterhalt. Ach du Scheiße. Okay, wir haben alle Kettensägen, Leute. Ah! Was? Was war das denn? Pingelplayer holt sich den Sieg. Ich hab gar nichts gesehen, Alter. Ich hab nichts gecheckt. Nichts. Sanne, Schätze und Paxi in deine Kiste. Ja, das machen wir doch. Das ist auch neu, oder? Das haben wir noch nicht. Okay, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ah! Ich will die haben. Wurstboden, Trinkgeld. Oh! Leute sind lecker, was geht und wie geht's? Hier, rein damit! Alter! Weg damit! Gib mir die Schätze, jawohl! Komm schon! Nein! Oh, Alter, wie viel hat der denn da drin? Eine ganze Bank hat der am Start, Alter, der Fotograf. Holy shit, ey. Das war aber nicht ohne das Spiel. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Was habt ihr gewählt? Was habt ihr gewählt? Fliege oder stirbe, renne oder stirbe oder Todessprung? Todessprung? Du hinterlässt Todeskacheln nach jedem Sprung. Oh, lol. Erschränke Spieler um dich herum mit X triffst du nicht. Oh mein Gott. Äh, wie sollen wir denn? Hä? Wie... Ah! Was? Hä? Das Spiel hab ich ja überhaupt nicht gecheckt jetzt gerade, Alter. Schwindel, erklimme die fallende Plattform so schnell wie möglich. Okay. Alter, das ist mit Todessprungen, das ist ja mega mies. Okay. Lol. Alter, das ist jetzt gar nicht mehr. Oh Gott, Hilfe. Hilfe. Ah! Hö! Das war ja mies gerade. Ich konnte nichts tun. Ach, Mann, ey. Twitch-Lasers. Oh, nö. Leute, macht euch bereit, welche Laser ihr schießen wollt. Merkt euch die Namen, die müsst ihr in den Chat hauen. Tango, Whisky, India, Taco. Oh Gott. Was? Ich bin schon tot. Oh, lol. Okay, hat's erledigt. Darwin Project weiß ich ja. Ey, Daniel, ich weiß ich. Ich hab vergessen, dass wir alle einen Todessprung haben. Hey, warum bin ich doch wieder tot, Mann? Ey, wie schnell geht denn das? Auah! Helamit! Auah! Aua! Leck mich doch am Arsch! Aua! Nein! Höh! Ja! Komm schon! Jawoll! Oh! Alter war das spannend gerade! Das war mega spannend ey! Huiuiuiui! Kettensägen hinterher schon wieder! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Aua! 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 Was?! Mit diesem Todessprung geht das so schnell einfach! Das geht so ratzfatz! Ihr wollt mich doch verraten! Oh ne! Ich bin schon wieder Schatzsammler! Da bin ich so schlecht! Wobei ging eigentlich ne? Aua! 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 Das Todessprung macht alle Spiele einfach kaputt! Alter! Das macht alle Spiele einfach kaputt! Okay! Was haben die diesmal genommen? Teleporter! Drücke! In der Luft um dich nach vorne zu teleportieren! Hä? Okay! Und wie soll das gehen? Oh Gott! Nein! Jawoll! Ich hab ihn! Ah fuck! Nein! Was?! Wieso? Wieso war das jetzt ne Remi? Was war das denn? Üben wir schon wieder für Habis Kuhn? Ne! Wir haben einfach Spaß mit dem Chat! Ganz einfach! Schwindel! Erklimme die fallende Plattform so schnell wie möglich! Okay! Machen wir! Ich bin Rick! Ich hab Portale! Oh Gott! Das ist jetzt doof ges... Oh Gott! Das war mega knapp! Das war mega... Mega knapp! Okay! Wir sind Remi mit Pinguin Play! So! Jetzt könnt ihr einen Buchstaben drücken und da werden Bomben explodieren, Leute! Ihr seht die Buchstaben hier aufgelistet! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh Gott! Wow! Wait! Oh! Oh Gott! Oh! Weil ich mich dein Alpha-Tipico-Fina für den Euro-Moin Das ist lecker Und wie geht's und wie geschieht's Ja, man Gerade ein bisschen Party im Chat, ne Ein bisschen Party bei Mufodai hier So, was müssen wir machen? Oh Gott, nein Okay, okay, ganz ruhig Ganz ruhig Ganz entspannt Oh! Fuck! Scheiße, Mann! Niki hat gewonnen Und wie Alter, wie schnell man wieder aufholen kann gerade, ne Das ist so heftig Sag mal, so viele sehen, wie du kannst Wenn du stirbst, renne zu deiner Seele wieder zurück Okay Okay Hilfe Aua Okay Okay, ich hab die Seelen Ich hab die Seelen Ich habe die Seelen, Leute Her damit Nein Warum Nein Nein, gib mir die Seele Gib mir deine Seelen, du Arschloch Nein, warum bin ich schon wieder Alter Alter, wie knapp Holy shit, ey Sehen die anderen Spieler die Abstimmung ingame auch Ich weiß es nicht Ich hab keine Ahnung Ich weiß es nicht Ich kann es nicht sagen Okay Kettensägenhinterhalt Oh Wo ist meine Kettensäge? Ach du Scheiße Ich brauch meine Kettensäge Hier Okay Der Showdown Niki Anders kann ich Niki Jawohl Das war close, Alter Kommt, Leute Kommt, wir holen uns die Runde Da hab ich die Kettensäge einfach hinten reingeballert, ey Oh nein, neuer Mutator Oh nein Oh nein Exitus, Explosion Zufallswürfel, Renn oder Eine neue Mutation in jeder Runde Ach du Scheiße Seid ihr bekloppt? Alle Charaktere sind nackt Ja gut, als Geister ist das nicht so ein Problem Aber damit können wir gut erschrecken Äh, what? What? Hilfe Was passiert hier gerade? Jawohl Ich glaub, ich hab gewonnen Es war nur Pixel Aber ich glaub, ich hab gewonnen Ich hab gewonnen Komm, Leute Wir brauchen noch drei Punkte Dann haben wir's Alle Charaktere sind nackt Was kommt jetzt? Schatzsammler Okay Let's go Oh mein Gott Ich seh gar nichts WTF, Alter Wo bin ich? Hilfe Was passiert hier gerade? Alter Nein Nein Ach, Alter Er hat schon wieder gewonnen Was macht er denn die ganze Zeit? Oh Gott Okay, einen Punkt brauchen wir noch Komm Wir können's packen Solange wir nicht letzter werden Oder so Wechselt die Schwerkraft Was? Oh, jetzt müssen wir wieder Den Laser schießen, Leute Ihr müsst wieder den Laser schießen Oh Gott Ah Wow Oh Gott Hilfe Lass mich aus dem Weg Geh weg Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Okay Okay Ich glaub, wir haben's, oder? Ich glaub, wir haben auf jeden Fall gewonnen Oh Gott Nein Aua Das hat wie Das hat gezwirbelt Das hat gezwirbelt Wir haben immer noch nicht gewonnen Was? Komm schon Wir sind doch so nah dran Okay, bleiben die Stacheligen Ball fern Okay, das ist halt mega fies Weil das immer schneller wird Und wir sind wieder nackt, Leute Stacheln und nackt Beste Kombi überhaupt Oh Gott Hilfe Hilfe Boah Boah Es tut mir leid Es tut mir leid Aber es hat Es hat auch diesmal Leider nicht gereicht, Leute Schön die Sabre aus dem Mund rauflaufen lassen Und haben sogar ein Level abbekommen Äh Was kriegen wir denn? Wir kommen auf Level 14 Selben Mutator Hardcore freigeschaltet Oh Gott Oh Gott Leider geil Ja Auch an dieser Stelle wieder Danke fürs Mitmachen An die Leute, die mitgemacht haben Ähm Vielen Dank an den Chat Der so wunderbar Zu uns gehalten hat Nicht Und ähm Ja Falls ihr immer Bock habt Schaut gerne auf Twitch vorbei Alter Huiuiui Eh Bier Boot D esa Ehhh D 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 Bis zum nächsten Mal.